Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unterm Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist der wundervolle Flo. Hallo Flo. Hallo Dela und weißt du, was es heute gibt? Nein. Heimatnachrichten. Ja. Also genau genommen gibt es heute Doppelpunkt Heimatnachrichten oder im Englischen Mail Call. Again. Okay. Ja. Ja, es ist also im Prinzip wieder eine Dear Dad Folge, nur mal etwas anderes erzählt. Genau, das Again finde ich schön. Das ist irgendwie so, ja hatten wir schon öfter, aber ach komm, was soll's, das hat auch Spaß gemacht. Das ist die 87. Episode, die 15. in der 4. Staffel und sie wurde ursprünglich ausgestrahlt am 9. Dezember 1975. Okay. Ja, es gibt Post, wie der Titel ja schon sagt und das heißt, wir haben wieder verschiedene Handlungsstränge, die uns die Figuren näher bringen sollen. Wir haben Colonel Potter, der herausfindet, dass er Opa wird. Wir haben Burns, dessen Frau auch etwas herausgefunden hat. Ja, und wir haben viele kleine Sachen. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen wirklich so durch, wie es passiert. Denn wir beginnen die Folge mit einer sehr schönen Szene, die ich sehr beeindruckend fand, weil Potter rasiert sich und singt dabei. Und der Mann hat eine echt gute Singstimme. Ja, also, ich weiß gar nicht, ob der mal in Musicals mitgespielt hat, aber von der Zeit her würde das gut passen. Und er sagt noch dazu, aber seine Singstimme wäre eigentlich noch besser, aber er ist gerade krank. Ob das irgendwie ein Hinweis ist oder einfach nur beschreiben, dass Rhein, falls er nicht singen kann. Ja, wahrscheinlich beides. Naja, und er wird dann beim Rasieren unbebrochen von Vader, der ihm eben die Post bringt und bittet ihn dann, bittet den Brief davor zu lesen, weil er muss sich ja fertig rasieren. Und, äh, die Nachrichten in diesem Brief sind gleich so aufregend, dass er sich erstmal fast aus Versehen die Kähne durchschneidet. Denn er erfährt, dass seine Schwiegertochter schwanger ist und es ist aber eben noch nicht, also das Kind ist verspätet und es ist eben noch nicht raus, äh, weil ja die Post auch langsamer ist als die Ereikisse, äh, ist es nur ein, ein Junge oder ein Mädchen, wie schwer wird es, wann wird es nun wirklich geboren sein? Deswegen machen wir einen Wettpool auf. Ja, wann wird unser guter Colonel Opa? Wir wetten einfach auf den Tag und auf das Geschlecht des Babys. Und aufs Gewicht. Und aufs Gewicht. Und da sind natürlich hier unsere Ärzte voll dabei, weil man macht ja alles, um an den langweiligen Tagen irgendwie sich beschäftigen zu können. Wobei ich lustig finde, das Gewicht hat, glaube ich, in der ganzen Folge niemand geschätzt. Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ja, aber, äh, Potter ist ja nicht der Einzige, der Post bekommt, sondern auch Hot Lips. Und jetzt haben wir wieder einen schönen Bogen zur letzten Folge, denn sie ist so aufgeregt über dieses Paket und freut sich so sehr, dass sie dieses wunderschöne schwarz-rosa-nägliche vor den Augen von Raider auspackt. Oh Gott, der arme Raider, ja. Genau das, wo sie sich ja vorher erst noch drüber aufgeregt hat in der letzten Folge, dass er ihr sexuell aufgeladene Blicke zusirft. Ja, sie bekommt also ein Päckchen von Fredericks of Hollywood und ist ganz aufgeregt. Und will es dann auch direkt Franks, aber Frank ist gar nicht so, ähm, so daran interessiert. Denn auch Frank hat Post bekommen und ja, Raider hat es auch versehentlich gelesen, was da drin steht. Denn seine Frau hat erfahren, dass er eine Affäre mit Margaret hat und möchte die Scheidung. Ja, also irgendjemand, der in Korea war, kam nach Hause zurück und hat Mrs. Burns erzählt, was Frank da so alles treibt. Und das Allerbeste fand ich eigentlich an dieser Szene auch wieder, wie unbedarft und süß und naiv Raider ist, weil er erzählt das ja, dass er aus Versehen selbstverständlich den Brief gelesen hat. Und BJ und Rogei sagen so singenäß, naja, da wird er sich in den Kopf schießen, wenn er das mitbringt. Hm. Und Raider ist völlig verwirrt und ja, aber ich dachte, er freut sich, wenn seine Frau sich scheitelt ist, damit er Frau Hule Henry raten kann. Doch, er ist manchmal doch ein bisschen sehr naiv. Das ist sehr süß, aber ach. Naja, aber die Schiene mit Frank ist ja nicht die einzige. Denn auch der Vater kriegt Post von seiner Schwester, der Nonne. Und am besten fand ich, als Raider fragt, ach, 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 das ist die Schwester, die Heilige. Und der Vater sagt, nein, nein, die ist nur Nonne. Und Raider glaubt voll fest, dass Heiliger die nächste Beförderungsstufe wäre. Ja. Der nächste Dienstgrad. Aber hier ist auch wieder so was, was wir ja öfter in den Folgen haben, komplett durcheinander mit Verwandten. Also er nennt seine Schwester Sister Mary Frances. Und er nennt sie, also ihr richtiger Name wäre Angelica. In späteren Episoden heißt sie immer Catherine. Bist du dir sicher, dass du das richtig verstanden hast? Weil ich hab da, er redet ja von diesem Basketballspiel. Na? Ja. Und ich hab das so verstanden, dass Mary Frances nicht der Name der Schwester ist, sondern von dem gegnerischen Team. Ähm, ich hab das im Wiki nochmal nachgelesen. Also da steht drin Sister Mary Frances, also als Nonnenname. Es kann aber auch sein, dass das die... Aber nee, das ist witzig, weil er sagt nämlich, also es kann auch ein synchronisierungsfehler sein. Ja, wirklich. Wir haben nämlich die Unterhaltung, dass er sich mit Raider über seinen echten Namen unterhält. Und sein richtiger Name ist Frances. Ja, darauf wäre ich gleich zu sprechen gekommen. Ah, Entschuldigung. Denn bisher war sein richtiger Name, also sein Vorname John. Ah, okay. Und von jetzt an ist er Frances. Bis auf eine Folge in Staffel 8, da ist er wieder John. Okay. Also es ist wieder mal ein komplettes Durcheinander. Nicht mal bei den Haupt... Gut, er ist immer noch keine Hauptfigur. Er wird immer noch als Nebenfigur gezählt. Aber selbst da haben sie sich mit den Namen noch nicht entschieden. Naja, und genauso gibt es ja immer noch Verwirrungen mit Hawkeye und BJ. Bei BJ ist es ja immer... Also wir wissen, er ist verheiratet. Wie viele Kinder er mittlerweile hat, ist ja auch nicht ganz raus. Ich glaube, die Heimatstadt von Hawkeye war auch immer mal anders. Ja, aber jetzt... Sie glaube ich... Ich denke mit der Folge jetzt endlich fest. Okay. Weil er kriegt nämlich seine lokalen Heimatnachrichten per Zeitung geschickt. Ja, also er wohnt in Pineapple Grove. Das macht er übrigens auch in den originalen Mesh-Romanen. Genau. Weil da spielen dann halt spätere Geschichten, wenn er da mitspielt, auch in diesem Ort. Und ja, er liest halt wirklich jeden Scheiß aus dieser Zeitung vor. Und das ist manchmal ganz amüsant. Aber... Was haben wir... Also wir haben Geschichten über Verbrechen, wie mit diesem Rasier... Wie heißt das? Ach... Im Englischen ist es Shaving Mug, wo sie dann sich drüber behalten, wie die... Das Ding, wo man den Schaum anrund bringt. Ja, genau. Sie diskutieren dann, wie da die Mehrzahl von ist zum Beispiel. Genau. Naja, aber er hat ja auch nichts anderes zu lesen, außer seine Zeitung. Im Gegensatz zu BJ, weil der bekriegt fünf Briefe von seiner Frau und seinem Hund. Ja, das fand ich auch süß. Ja. Ja, wobei bei BJ ist es dieses Mal gar nicht... Also der hat jetzt keine große Handlung, der kriegt nette Briefe und das war es dann auch schon. Ja. Reicht aber auch. Wir haben ja genug andere Figuren, die diesmal ja wirklich... Ja, das stimmt. Also BJ bleibt hier tatsächlich relativ unterm Radar. Und unter anderem gibt es eine Szene mit Klinger, die fand ich sehr schön. Ach ja. Es ist eine ganz klassische Klingerszene. Er trägt auch ein klassisches schwarzes Kleid und einen Schleier. Genau. Er hat einen Brief von seiner Mutter bekommen. Seine zwei Brüder sind einem ganz tragischen Unfall in Toledos, in der Monika-Fabrik gestorben. Und er ist jetzt der einzige überlebende Sohn und deswegen, laut Army-Regeln... Muss er ja jetzt entlassen werden. Genau. Blöderweise guckt Potter in die Akte und stellt fest, da ist nie die Rede von Brüdern gewesen. Und Klinger so, ja, wer auch immer was über meine Brüder erzählt hat, hat gelogen. Das hast du selber erzählt. Ja, stimmt. Weil wir sind ja Libanesen und Einwanderer. Und die haben unter der Veranda gewohnt. Wir haben sie durch die Schlitze im Holz gefüttert. Ja, das ist wundervoll. Aber ich glaube, hier haben wir das erste Mal, dass seine Nationalität erwähnt wird, oder? Ich bin nicht sicher. Es könnte sein. Es kann aber auch sein, dass er es schon irgendwann mal erwähnt hat. Okay. So in Verbindung mit Nase und Körperbehaarung. Naja, und dann geht die Handlung eigentlich weiter mit Margot. Weil die sitzt im Messerzelt zusammen mit Jorge und den anderen. Und ist fürchterlich genervt, weil ja der Effekt ihres Negligees ein bisschen verpufft ist bei Frank. Und Hawkeye geht ihr fürchterlich auf den Sack mit seiner Zeitung. Weshalb sie dann einen mittelschweren Wutanfall hat, den eine andere Schwester etwas witzig findet. Worauf sie droht, die Schwester Bettruhe reif zu prügeln. Also sie hat richtig gute Laune. Und das ist glaube ich noch bevor sie erfährt, wie Frank sie am Telefon mit seiner Frau nimmt. Denn, das ist nämlich die nächste Szene. Frank will ja unbedingt telefonieren, um quasi seiner Frau die Scheidung auszureden. Und er stürmt in das Büro von Potter, beziehungsweise wo Ryder halt im Vorzimmer sitzt. Und verlangt sofort seinen Anruf zu priorisieren. Er sei ja nicht der Trottel, für den Ryder sonst gerade arbeitet. Naja, blöderweise arbeitet Ryder in diesem Moment gerade für Potter. Der soll nämlich im Krankenhaus anrufen für seine Schwiegertochter. Ja genau, denn man will ja schließlich wissen, wann das Enkelin da ist. Genau, und das findet Potter auch echt nicht gut. Also, dass er so als Trottel hingestellt wird. Genau, aber Frank darf trotzdem telefonieren und ja, er beteuert die Liebe zu seiner Frau, nennt Margaret ein Armeemaultier mit Brüsten. Ja. Oh ja, das bekommt Margaret dann später auch mit, was sie jetzt nicht unbedingt erfreut. Aha. Also, sie droht ihm seinen Kopf abzureißen und so wie sie guckt, würde sie es auch tun. Ich finde das eigentlich noch besser, weil sie wirft einen Stuhl nach ihm, in dem Moment, als er aus dem Büro kommt. Und, ja, sie wirft aber auch das Nachthemd nach ihm, nachdem er ja vorsteckt, sie könnte es doch anziehen. Ja. Aber Frank ist hier halt wirklich auch wieder in jeder Hinsicht ein absolutes Arschloch. Ja. Also, das ganze Telefonat mal abgesehen. Also, ja, er nennt sie ein Maultier mit Brüsten. Er nennt sie ein Kriegspferd, also ein Kriegsgaul. Ähm, er droht seiner Frau mit Suizid. Ganz toller Move, ja. Und die zweite Frage ist die, äh, als er dann so halb glaubt, dass sie sich wieder beruhigt hat, bin ich immer noch im Testament deines Vaters? Also, wir wissen alle, was das für eine Ehe ist. Ja. Man hat es ja schon öfter gehört, dass sein Reichtum, auf den er so stolz ist, eigentlich nur angeheiratet ist. Genau das. Ja. Ja, ähm, die Folge ist sowas wie der Startschuss, ähm, für etwas, das dann am Anfang der nächsten Staffel tatsächlich in Folge 100, ähm, ja, wirklich passieren wird. Also, hier beginnt langsam die Trennung von Frank und Margaret. Ja. Und, äh, ich muss sagen, endlich. Oh ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn sie nicht immer sympathisch ist, sie hat doch so viel Besseres verdient auf dieses Arschloch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber wir haben noch nicht alle Post besprochen. Genau. Denn auch Raider hat was bekommen und das ist wieder sehr, sehr süß. Ja, denn wir haben ein Heimvideo für Raider gekriegt und natürlich versammeln sich unsere Hauptcharaktere alle, um dieses Video anzugucken und es ist ein Video von einer familienfreier. Also, und wir sehen Raiders Familie, natürlich ist es Raider selbst in, glaube ich, in seiner Mutter. Ja. Also, Gary Borkhoff quasi wiederverwertet. Genau. Also, es funktioniert aber. Ja, es funktioniert. Ja. Das ist, bei Kling oder so wäre es lächerlich, aber hier, man nimmt ihm wirklich ab, wie er seine Mutter spielt. Ja, das stimmt. Und auch ganz viele Onkel und Tanten und Cousinen und der schon öfter erwähnte Onkel Ed, der bedient die Kamera, den sieht man nicht und am Ende, hat er natürlich keinen Ton, aber man sieht, wie seine Mutter sagt, I love you, Walter. Und das bringt Raider dann doch auch zum Weinen, eine sehr schöne Szene. Ja, das stimmt. Aber nicht nur Raider, weil Raider wird gerettet, denn es klingelt in dem Moment das Telefon und während ihm noch die Stimme bricht, rennt er natürlich zum Telefon, um sich darum zu kümmern. Und das ist dann die Ankündigung, dass Potters Enkel, der tatsächlich geboren ist, dass es ein Mädchen ist und am 23. geboren. Sherry Pershing Potter. Ja, und ich finde das lustig, dass sie Pershing heißt. Ja, genau. Der Vater hat dann übrigens den Babypool gewonnen und die Ärzte schmeißen eine Party für den Colonel im Sumpf und Klinger moddelt ein bisschen, denn er hat im Müll ein echt schickes Nachthemd gefunden. Das ist auch wieder eine nette Abschlussszene. Aber eine schöne Szene fand ich auch noch, wie gesagt, Potter fängt ja dann auch vor Rührung ein bisschen an zu weinen, als die Nachricht kommt. Und Hawkeye auch und wird auch darauf angesprochen, dass auch er Tränchen in den Augen hat. Aber Hawkeye als der straffe Mann, der es weint natürlich nur, weil der Farse gewonnen hat und nicht er und die Vorbereite und so. Ja, ja, genau. Ach, ach. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass die Familien wieder ein bisschen durcheinander sind. Das trifft auch auf Potters Familie zu. Also hier hat er ja einen Sohn, das erfahren wir ja. Genau. Auch übrigens Zahnarzt, der sich auf Zahnfleisch spezialisiert hat. Ja, aber in späteren Episoden behauptet er, dass er nur eine Tochter hat. Okay. Hier wird erwähnt, dass es sein erstes Enkelkind ist. In späteren Episoden hat er bereits einen älteren Enkelsohn. Aha. Für den kauft er nämlich eine Schmuhpuppe. Okay. Aber da kommen wir dann irgendwann nochmal drauf. Sonst würde mir jetzt nichts mehr einfallen, was wir besprechen müssen. Ja, Raider hat ja in der letzten Episode John Wayne imitiert. Diesmal versucht er, Margaret mit einer Imitation von James Keckney aufzuheitern. Ist natürlich nicht ganz so bekannt wie John Wayne hier im Deutschen, würde ich sagen. Ja. Ja, wie würdest du die Folge denn bewerten? Ja, ich habe tatsächlich echt Spaß dran gehabt, weil ich mag, dass sich Hotlips langsam emanzipiert. Auch wenn es noch lange dauern wird, seien wir ehrlich, aber es passiert langsam. Ich mag wie Raider und Potter hier wieder interagieren. Also, ich glaube, ich würde auch hier sieben von zehn Maiskolben-Vampir-Zähnen geben. Ja, ich kann dir hier nur zustimmen, auch wenn hier der Frank-Teil, er stört mich auch hier wieder. Aber ich weiß, worauf es hinausläuft. Und das freut mich und deswegen stört es mich weniger, die Trennung von Frank und Margaret, die dann irgendwann in Zukunft kommt und damit verbunden dann auch irgendwann das Ausscheiden von Frank. Das ist hier jetzt endgültig nun der Startschuss dafür gelegt. Oder der Grundstein, so eigentlich, ja. Und wir haben auch so schöne Szenen mit den Nebenfiguren, wie der Faser, Klinger, Raider. Also, wirklich sehr schöne Szenen. Potter kriegt hier auch nochmal mehr Tiefe. Und ich finde es auch schön, dass das Hawker und BJ so ein bisschen im Hintergrund nur stehen. Das tut der Folge auch echt gut. Also, ich würde auch sagen, ich gebe acht von zehn Fredericks of Hollywood. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Flo, fürs Dabeisein. Sehr gerne. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.